Haben wir auf der Polizei gesagt, dass jemand eingebrochen ist? Dann sehen Sie es jetzt auch. Anyone home? Hello? Police! Come on out! So, geht da rein. Sehr gut. Nur fein. Okay, aus. Ich nehme das trotzdem anders. So. Fesseln. Vielleicht hätten wir die Pistole nicht nehmen sollen. Oh, und das müssen wir vielleicht auch nicht. Okay. Wir zahlen rufen. Oder? Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Officers will be there soon. It's too long. I was going to leave you out of this. So, get to a safe place. Fuck. Nein, 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 nein. Schöner liegen. Was ist das dein fucking Ernst? Was ist das dein fucking Ernst? Oh, God. Muss ich ihn echt erschießen? Wirklich? Aber dann sollte ich die Polizei nicht rufen. Wohl, doch. Er ist eingebrochen. Das war Notwehr. War schon überhaupt zu spoilern. Aber ja, ich könnte manchmal so. Aber wir haben ja Fesseln auf ihn gemacht, aber er hat mehrere Fesseln, ne? Also ja, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Tatsächlich. Wo läuft der Stream bei euch eigentlich flistig? Ich glaube schon wieder, OBS sagt mir schon wieder, dass uns ein bisschen struggelt gerade. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now? Get to a safe place. Alright, when will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? We can't wait 15 minutes. Sir, Officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. Okay. Äh, hier. Wir wollen auf jeden Fall jetzt hier Dessert essen. Nur kurz. Ja. Ähm. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Alles gut? Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Okay. Ja, wenn irgendwas... Genau. I wasn't expecting a storm tonight. Wir haben nicht beide Bücher geholt. Wir haben nicht noch... Hey, since you're using a mug. Yeah, I'll finish setting the tilt. All right, table set. Nice. Great, let's do it. Okay, but we're close. So, when is a dessert not just a dessert? I have something to share. What? Just open it. What? Hä, ich hab die Tabletten noch da reingemacht. Die sind in meiner Taste? Oh, no. Really? Nein, ich gehe. Mach's gut. Ich will keine Geschenke. Scheiße. Oh, ich drehe durch. So, warte, ich muss die Polizei anrufen. Okay, wie sehr kann man ein Spiel in die Länge ziehen? Ella? Ja. Anrufen. I didn't hear you come in. Ja, ja. Best night ever. Ja, ja, ja. Let me know when you're... Yeah, I want. Super. Liebe Dessert. Dessert ist das beste ever. Oh, nein, warte mal. What is he doing? Why are you in the closet? Emergency services? There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe... Alright, when will... They should be there. Fifteen... Sir, get... Oh, I forgot to call the landlord about the lightswitch. Can I do that tomorrow? Mm-hmm. Okay. Where are all the glasses? Die hab ich. So, Frau, ich will dir sehr. Hier. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Während's hier drüben ist, machen wir die Tabletten rein. Oh. Bescher mit Tabletten. Ihre Seite. Oh, das ist fix, babe. Someone's gonna get hurt. Ah. Kann so gut an Tisch tecken. Okay. 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 Ich hab's geteckt. Okay. 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 Schlaf dich, trink, schlaf ein. Oh. 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 Oh, my head. I'm s- I'm so tired all of a sudden. Oh. Just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Hm? Ja. Hm? 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 Oh. 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 jetzt haben wir vier minuten sind jetzt vergangen und fast fünf das heißt die jetzt haben wir noch zehn kommen wir noch ein Open the door Anyone home Hello Police Come on out Hm. What the? Das ist mir das. Ja? Das ist das... Und das? Einmal. Okay, er ist schon. Ich mach die Tür zu, weil dann kann er nicht raus, aber dann ist er halt mit einer Frau, aber ja. Ich mach mich. Was? Oh, oh, you little shit. Not gonna work. One chance. Let me go right now. You son of a bitch. I was gonna leave you out of this. No, no, you got this coming. Okay. Open the door. Das ist echt. Enough. Okay. Wie spät haben wir? Äh. Naja, es bringt nichts ihm, das hier dazu zu stecken. Das haben wir uns versehen. Ja, das war Notwehr. Also so kann man das doch auch verkaufen. Hier. Wach auf. Oh, könnte jetzt die Polizei kommen? Können wir die Polizei vielleicht anrufen und sagen, was passiert ist? Okay. Wir warten. Kann das Radio ausschalten? Jetzt fahren sie nicht. Dann fangen sie nicht. Da seht ihr jetzt noch was? Bitte? Könnt ihr jetzt einfach die Polizei kommen? Und sagen, das war Notwehr und erklärt natürlich noch nicht warum Schlaftabletten, aber irgendwie auch erklärt. Ich bin mir nicht gern, das ist aber, was wir jetzt machen sollen. Was? 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 Wut? 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 Ich habe keine Ahnung. Hä? Also, ihn fesseln, klingt nix. Was? 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 Mach's? Nachdem ich ihn getötet habe, rausgekommen? Das bringt glaube ich auch nix. Ich glaube, ich darf ihn nicht töten, ne? Ich glaube halt, dass ich ihn gefesselt lassen muss. Okay, ich versuche ihn ein zweites Mal zu fesseln Er hat zweimal die Dings da, also Doch, doch, ich muss ihn fesseln Ja, weil sonst steht er auf und schlägt mich halt nieder Ich kann ihm ja auch nicht einfach nur drohen mit der Waffe Okay, wir versuchen jetzt die Taktik zweimal zu fesseln Also, wenn er sich entfesselt hat, ihn dann wieder zu fesseln Emergency Services There's somebody breaking into my apartment He's got a gun and he's gonna kill me and my wife Sending a unit right now, get to a safe place Alright, when will they get here? He's almost inside They should be there in 15 minutes 15 minutes? We can't wait 15 minutes Sir, officers will be there as soon as possible So, get to a safe place Au Au Okay, let's sit down Great, just give me one second Er hat die Tasse schon And we're back Hey there Emergency Services Emergency Services There's somebody breaking into my apartment He's got a gun and he's gonna kill me and my wife Sending a unit right now, get to a safe place Alright, when will they get here? He's almost inside They should be there in 15 minutes 15 minutes? Sir, get to a Yeah, I will Yeah, yeah, it's just there Okay, let's sit down Great, just give me one second Alright, nice, finish down right Huh? 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 Gotta get this fixed, babe Someone's gonna get hurt Someone's gonna get hurt Thunder, I wasn't expecting a storm tonight Hey, since you're using a mug Yeah Oh, isn't so wide Alright, uh, table's set Nice Great, let's do it Hinsetzen So 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 Könnte das jetzt bitte funktionieren? So, wir wissen, wir sind sehr nah dran, oder? Also nichts verraten, aber wir sind schon sehr nah dran, ne? Oh my God I'm so tired all of a sudden Oh, I'm just gonna lie down for a sec We'll talk later Was ist vielleicht irgendwas verstecken da drin? Aber wir haben ja die Möglichkeit, diese Lüftungsschlütze da aufzunehmen Also, aber es bringt ja keinen Macht keinen Sinn, wenn ich die Waffe da drin verstecke Aber er kann mich ja auch so ausknocken Also ich bin immer noch der Meinung, es muss alles nach einem Einflug aussehen Oh, shit Und dann haben wir vergessen Naja, gut Wir haben vergessen, die Tür zuzuschließen Hello? Hello? Come on out What the? Oh, shit! Oh, shit! Oh, 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 oh. Das ist ein Fuzzle, dann entfesselt er sich nicht. Ich muss ins Badezimmer, damit er sich entfesselt. Ich bin echt so ungeduldig für sowas. Hey, da. Emergency Services. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun, and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. Alright, when will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15? Sir, get to a... Lass jetzt mit den zweiten Tassen funktionieren. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Wir haben die Tassen vergessen. Ja, ich will. Oh. 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 Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Alright. I wasn't expecting a storm tonight. Thanks for helping with the mugs. What's it? What's it? Immer schneller. Immerhin das. Oh. Oh. Oh my head. I'm so tired all of a sudden. Oh. Oh. Oh my head. Oh my head. I'm so tired all of a sudden. Oh, ich muss nur ein bisschen schlafen. Wir sprechen später. Ich glaube, das Handy von ihm ist wahrscheinlich nur da, um die Polizei zu rufen, falls man selber sein Handy nicht, also das eigene Handy nicht gefunden hätte. Jetzt nochmal zugeschlossen. Jetzt sieht es auch nach einem Eindruck aus. Come on, I know you're home. Open the door. I have a warrant. Open up. Come the king. Come son. Open the door now, or I'll kick it down. I'm not sure if you can go out, but I don't think so, as soon as we go out, it's over. Anyone home? Hello? Police? Come on out. What the? Ich würde ihn gerne schlagen. Oh, Waschbett, das ist eine gute Idee. Er ist gekommen. Open the door. Enough. Aber das mit den Schlaftabletten, das ist eine gute Idee. Ich probiere das mal. Ob man die in zwei Tassen einfüllen kann. Oder wir wecken ihn. Oh, warte mal, wir können gleich sie mit der anderen Tasse Wasser wecken. Das könnte auch gehen. Okay. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Mind you that tomorrow? Okay, let's sit down. Okay, great. Just give me one second. Hm? Ow. Gotta get this fixed, babe. Sie hat ja so drauf bestanden, dass wir Wasser uns auch holen. Thanks for helping with the mugs. Oh, und wir müssen das Messer einstecken, damit es sich die Fesseln nicht lösen kann. Oh, ich bin so, ich bin so müde, all of a sudden. Oh, ich muss nur ein bisschen schlafen. Wir sprechen später. Okay, pass auf, also wir stecken das Messer ein. Weil die Fesseln löst er ja erst, wenn er hier draußen ist. So, okay. Das ist keine gute Verbrecherin. Wahrscheinlich nicht. Ich mag mehr so die psychischen Verbrechen, weißt du? So, jetzt klappt's. Ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt klappt. Ganz bestimmt. Komm her, ich weiß, du bist im Haus. Öpne die Tür. Das hat geklingelt. Das ist gut. Vielleicht lassen wir sie auch besser schlafen, weil so lange sie schläft, macht er ihr nix. Öpne die Tür jetzt, oder ich werde es schlafen. Öpne die Tür jetzt, oder ich werde es schlafen. Was ist denn, oder ich werde es schlafen? Hi, Polizisten? Kommt jetzt raus. Uns geht's allen gut, Jasko, danke. Also mir zumindest. Und das passiert jetzt nicht so im Hintergrund, troll. Nee, nee, gib keinen Tipp. Auch wenn ich liebend gerne jetzt einen Tipp annehmen würde, aber... Das wäre unfair. Äh, okay, raus. Vielleicht lasse ich eben das... Nein! Fesseln? Fesseln! Komm schon! Ouh... Uff... W-What? Nein-ne-ne-ne-ne-ne-ne, my did not. All you little shit! Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now! Son of a bitch. I was gonna leave you out of this. You got this coming. Oh Open the door Enough What are you doing? He's all right? Okay, I can't do that I hate this Okay, good, then we'll try the next to the tablet And if that doesn't work, then we'll try them with the waterbäscher on the back I didn't hear you come Not Okay Okay Emergency services They're so close to me, I know it There's somebody breaking into my apartment, he's got a gun and he's gonna kill me and my Send it Spure it They should Fifty Sir Or Get I don't like the rules I don't like the rules I really don't like the rules Where are all the glasses? I'm the most honest person ever at this Oh I am ready for your dessert You saw it? Well give me one second then prepare to have your mind blown Thunder der wartete kein gewitter weiß nicht ob das noch irgendwas die kreis fiktik nee heimlich im moment nicht weil wir gerade ansonsten gegen rüchel gespürt Ja, ich meine ja sowas halt, mir macht das ja auch Spaß. Aber ich bin trotzdem ungeduldig, ich will das jetzt lösen und dann werde ich sehr schnell, sehr schnell, ich weiß noch nicht genau, ob wir die Tabletten eben einfach so versuchen sollen einzuflösen oder halt in dem Wasserbächer. Ich bin so müde, all of a sudden. Oh, ich muss nur ein bisschen schlafen, wir sprechen später. Das Problem ist ja, selbst wenn sie raus ist, bringt uns das nichts. Ich hab aber die... Aber ist egal, wir können ja trotzdem mitnehmen, dann machen wir alle Wasser rein. Nur ich glaube, so schnell sind wir nicht. Ja? Ja? Ich hab überlegt, ob wir sie einfach rausschicken und es dann nochmal versuchen. Aber das bringt halt auch nichts. Wir haben noch... Wir hatten sie einmal im Schlafzimmer, aber im Badezimmer. Aber das ist ja direkt ins Badezimmer gegangen, da war er nicht vorher im Dings. Das ist ja direkt ins Badezimmer. Ja, es ist super spannend. Also ich find's richtig gut gemacht. Also ich find's richtig gut gemacht. Oh. Okay, wir können noch eine bestimmte Anzahl von Sachen. Jetzt ist er ja... Jetzt fliegt er so rum. Also waschbär. Also waschbär. Also ich krieg sie auch nicht mit Wasser. Was ist, wenn ich das trinke? Kann ich das einfach trinken? Ich bin verzweifelt. Also ich hab keine Ahnung, was das bringen würde. Außer, dass er wieder geht. Oder halt wartet, bis wir... Doch, er muss warten, bis wir wieder bei Bewusstsein sind. Das heißt, bis dahin müsste die Polizei kommen. Aber da müssten wir uns ja eigentlich quasi den ganzen Aufriss nicht machen. Versuchen wir's mal so rum, dass wir die Schlaftabletten nehmen. Und halt ein bisschen früher. Er kann sehr gut unterhalten. Das freut mich jetzt auch. Au. Äh. Oh. So. Äh. 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 Ich muss das fixieren, Baby. Achso, ne, nicht da hinstellen. Grüß man bis Samstag noch, aber die helfen. Hast du was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Also wir können halt auch jetzt die Tablette noch nicht reinmachen, weil wie wir eben gesehen haben, wenn ich die Taste nehmen würde, jetzt schon, dann ertrinkt er das. Das ist zu früh. Mmh. Mmh. Oh, mein Kopf. Ich bin so, ich bin so müde, all of a sudden. Oh, ich muss nur ein bisschen schlafen. Wir sprechen später. Mmh. Mmh. Der Motorzeugen war auch falsch, aber. Ne, wir nehmen das besser nicht. Ne, ne, wir nehmen es nicht, weil dann ist wieder zu viel in unserem Inventar drin. Das. So. Ein. Tür. Nicht Kleidung. Tür. Gitarren. Beta H Aa Everyone. Was die Beta auch schon gespielt? Ah. diameter Ich habe eine Warrant, öffne dich! Ich glaube, er hat einen Eichhäu... Anyone home? Hello? Police? Come on out. What the? Eh? Nein, 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 warte. Warte, nein, 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 oh, scheiße. Äh... Ich vergesse nicht, sie immer zu nehmen. Es ist schon wieder zu spät. Ich hab gepennt. Er wird es vorher nehmen müssen. Oh... What? Oh, oh, you little shit. Es ist zu spät. He just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Will ich mit ihm reden? I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Nein, 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 come, 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 come. Nein, 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 następst nicht. Müssen wir das noch früher nehmen? Also bei ihr dauert es, keine Ahnung, keine Minute. Vielleicht noch während er da einprägt. I didn't hear you come in, best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I won't. Hello Neighbor habe ich schon gespielt. Ähm, war nicht im Stream. War nicht so lange. War nicht ganz von meinem Game. Emergency Services. There's somebody break sending they should be sir get to. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Ich frage mich halt gerade. Ähm, was passiert, wenn wir beide das Zeug trinken? Das ist dann halt einfach vorbei. Okay. Ich versuche das jetzt einfach mal. Hallo Mini. Ich gebe uns beiden Schlaftabletten und ich trinke das auch. Ähm, ich trinke das jetzt schon früher. Hey, since you're- Yeah. Uh, okay. So, okay. All right, uh, table set. Nice. Great, let's do it. Oh, warten, bis sie drüben ist? Dann träge ich das auch. Oder ich trinke es, wenn er eingebrochen ist, bevor ich zu ihm gehe. Das muss wahrscheinlich mehr sein. Oh, mein Kopf. Ich bin so... Ich bin so... all of a sudden. Oh. Ich muss nur einen Moment liegen. Wir sprechen später. Endlich nicht. Ja. Was sagst du so einfach? Die nächste Version oder das nächste Ding ist, dass ich ihm halt Sachen drin lasse. Dann habe ich halt Angst zu sagen, dass er mich erschießt. Würde mich auch nicht weiterbringen. Ich mache ein paar Mülle. Ich weiss, wir sind ja sein Land. Öpple die Tür. Über die Tür. Wer will die Tür überében? Ich habe eine Warte, öte m 28. Öpple die Tür, dann oder ich bin es schlappet. Und wir müssen uns wieder hier verstecken, aber ich glaube, das hilft auch nix. Anyone home? Hello? Police? Come on out.